Musik Sehr geehrter Herr, sollten Sie nicht gewillt sein, mir eine Million D-Mark in bar zu zahlen, bin ich gezwungen, weitere Aktionen gegen Kaufstadt zu unternehmen. Musik Hauptkommissar Pietsch, Loco Hamburg, ich leite die Ermittlungen hier. Sie schicken den Überbringer des Geldes zur Bundesstraße 105 bei Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern. Komme jetzt nicht mit Geduld, ja? Ich brauche Resultate. Musik Musik Warum können Sie Dacomert nicht fassen? Oder ist der zu schlau für Sie? Nein, wissen Sie, wir machen Fortschritte. Und was heißt zu schlau? Zähigkeit und Ausdauer führt zum Ziel. Wenn Sie mir irgendetwas verschweigen, ich kriege es raus. Verlassen Sie sich doch und ich will es raus. Füllen Sie mich nicht an. Nimmst jetzt das Geld und legst es auf das Gerät drauf. Und dann drückst du den Startknopf. Und dann schauen wir mal. Das Ding ist los. Ich trinke dich! Ich trinke dich!